hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft technik mit dem dashboard 2 modpack und dem randy ja und wir machen genau da weiter wo wir das letzte mal stehen geblieben sind und zwar wir nehmen unsere item ducts wir wollen ja jetzt werden die automatische holzproduktion quasi in diesen redstone furnace und wollen die aber von den redstone furnace quasi wegleiten die küsse steht jetzt wieder rum oder ich hab da gerade mit dem schraubenschlüssel ja ja so und deswegen legen wir hier einfach mal so eine leitung lang wir können jetzt mit dem schraubenschlüssel hier übrigens auch wenn man zweimal rechtsklick macht quasi dieses dass es connected unterbinden weißt du wie ich mein ja wir brauchen ja kein connect zum dingstisch ja genau so warte mal dann können wir in dem redstone furnace in der configuration können wir das ausschalten hier alles moment ist das jetzt auch aus die energie hinten müssen wir anlassen ich weiß nicht ob da das braucht egal so dann stellen wir das hier um auf raus pumpen dann machen wir hier die fassade wieder schick so und so exzellent exzellent so genau so habe ich mir das noch vorgestellt so und der pumpt das jetzt quasi theoretisch wenn es dann funktioniert pumpt er das holz hier rein macht holzkohle draus punkt die holzkohle hier raus die holzkohle moment hier unten ist es auch noch connected so dann haben wir noch eine option und zwar moment wir stellen hier erst mal eine kiste hin wo das zwischengespeichert wird das gute die gute holzkohle oder nee warte mal wir machen das anders wir stellen die kiste hier hin genau wir stellen die dort hin und jetzt müssen wir mal noch ein bisschen leitung legen und zwar legen wir die habe ich mir so gedacht hier unten drunter durch müssen wir mal ein bisschen tunnelbohren machen jetzt quasi und nicht mehr hoch so quasi hier so drunter lang dann müssten wir wenn ihr euch was ich gerade machen wir haben beim letzten mal das haben wir vergessen jetzt versuche statt ein schönes bild einzufangen weil wir haben ja immer solche ja genau dort hinein guckt zum ersten mal ist wunderbar okay genau so und jetzt müssten wir die leitung dieses item duckt okay 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 da fällt mir gerade auf das ist auch irgendwie nicht schön was das müsste hier von moment die der wasseranschluss da müsste von der seite kommen das wäre schön ja dasselbe hast du gebaut genau einmal so von der seite einfach dran dass wir von unten mit diesem item duckt dran können so zack 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 dann zack und zack so dann ist das schon mal verbunden mit unserem mit unserem furnace und dann gehen wir quasi einfach nur noch eins hier rüber in die kiste rein so jetzt ist die kiste und dieser die kiste und der steam dynamo sind jetzt verbunden die leitung stehen auf input ihr seht es sind die blauen lichter drauf und dann machen wir das hier mal wieder ein bisschen schick so und das hier machen wir auch wieder schick hier müssen wir noch connecten ach das ist ja blöd du bist nicht auf einer Ebene ja wir müssten quasi hier unten lang legen dass das bisschen versteckt ist das ist immer eine richtige spitze axt ja ich habe bloß den hammer und ich will nicht dass hier alles da drümmert wird so okay dann machen wir das ups so hier und können quasi moment jetzt habe ich hier gerade ein problem jetzt läuft nämlich die musik und meine musik können wir das hier alles schön zu machen so in der hoffnung dass alles richtig ist und jetzt können wir hier komm mal her jetzt können wir hier noch mit diesen crescent hammer können wir hier noch direkt auf diese leitung klicken da siehst du wird die rot grün oder orange orange heißt round robin rot ist dense und grünes vakuum vakuum ist eigentlich so ein bisschen naja wie so ansaugen das heißt die items werden quasi angesaugt wenn wir jetzt hier hinten die leitung grün machen würden dann würden würden die quasi nur in die kiste gehen wenn wir die die leitung von der kiste rot machen würden dann wird das quasi nur in diesen in diesen steam dynamo rein fließen würde das nur in den steam dynamo rein fließen und wenn wir das orange machen das heißt round robin das heißt alles was quasi an der leitung angeschlossen ist in dem fall das steam dynamo und die kiste dann teilt das auf also es geht immer eine holzkohle in den dynamo ein in die kiste einen dynamo ein in die kiste so das ist das ganze prinzip theoretisch sollte das jetzt funktionieren und und ob das jetzt ob das jetzt funktioniert nehmen machen wir ganz anders und zwar wir schmeißen jetzt einfach die baumfarm an weil theoretisch ist alles miteinander angeschlossen ach so das heißt du kannst ja mal kurz hier unten warten ich braue das hier mal ab ich schnappe mir mal hier die sepplinge und das ganze holz gedöhnt und gebimmelt die kiste brauchen wir demzufolge auch nicht mehr hier oben und dann machen wir folgendes wir schmeißen hier unten unsere sepplinge rein zack zack so da pflanzt die dann gleich fleißig an ich schalte mal oben die baumfarm ein nun gucken wir einfach mal was passiert ob denn was passiert erst mal muss das anpflanzen so jetzt pflanzt er schon ein bisschen an also ich bin immer gespannt ob sie so da lieber es aus das heißt theoretisch moment haben wir energie energie hammer er müsste eigentlich jetzt irgendwann gleich mal loslegen jetzt ok und jetzt schauen wir mal ob hier alles richtig läuft jetzt kommen nämlich durch diese pipe kommen hier sepplings kommt rubberwood kommt rubber das rubber geht gleich in die kiste die sepplings sollten eigentlich in diesen blender gehen und das wood sollte rüber in den furnace gehen so hier komme ich mal die ersten sepplinge an mal gucken wo die lang laufen die couple so ein transport line war jetzt aber die langsamste ne ist die langsamste ja aber es wäre jetzt eine verschwendung da iron zu bauen ne iron geht sowieso nicht iron ist eigentlich nur dafür da die kannst du einstellen die kannst du diese ist in zwei richtungen offen wenn du jetzt so ein kreuz baust ist die in zwei richtungen offen und in eine geschlossen also die kannst du aber es hat halt bloß zwei kontakte genau die kannst du quasi einstellen dass die items sozusagen nur in eine bestimmte richtung laufen aber wie du siehst ich hab grad mal eingeschaltet ja die sepplings die die ja die die werden wieder eingeführt und gleich wieder angepflanzt genau der pflanzt jetzt quasi den radius an den er oben hat und sobald der radius erreicht ist speichert er diese guck jetzt pflanzt er zum beispiel schon nicht mehr an so jetzt müsste aber langsam mal holz kommen hier kommt jetzt holz und rubber kommt auch ganz wichtig wir haben rubber so da können wir uns natürlich dann noch einen schönen extraktor bauen da müsste man nämlich das rubber könnten wir dann glaube ich in sticky resin genau mit dem extraktor können wir rubber und sticky resin umwandeln und das heißt wir kriegen aus 1 und rubber 3 so wenn wir jetzt einfach mal extraktor eingeben genau das ist nämlich von ic2 und da kann man sticky resin aus dem rubber machen und quasi jetzt guck mal hier auf die goldene leitung geht gleich die post ab das landet hier drin sehr schön die sepplings laufen geradeaus und jetzt werden die beschleunigt die bremsen natürlich wieder ab aber bis dahin wo sie sollen reicht das auf jeden fall diese drei goldenen pipes und schauen wir einfach mal ich habe auch gerade richtig ja so und dann gucken wir mal in die kiste da ist nichts drin und es ist alles in unserem redstone furnace das heißt das item duckt schmeißt alles in den redstone furnace du siehst da ist auch schon voll und es wird jetzt in der kiste zwischen gespeichert biebel schön dann gucken wir jetzt mal hier drüben rein und da ist auch diese hier ist noch die normale kohle mit drin aber die ist jetzt eh gleich aufgebraucht die normale kohle ist gleich aufgebraucht ok müsste irgendwann müsste jetzt hier sharkkohl ankommen also da ist noch gar nicht eingekommen schmeißen mal die normale kohle einfach raus hier ist eine sharkkohl schon drin in der kiste da ist schon mal was angekommen wir schauen jetzt einfach mal über den steam dynamo mit befüllt das war jetzt natürlich exzellent sieht nicht so aus 5 sharkkohl sind jetzt hier schon drin na ja da gleich keine energie mehr doch doch jetzt jetzt hat er eins reingeschmissen ja sehr gut wurde gerade verbrannt allerdings ja jetzt wird er ins tonne ja also funktioniert es also ich nehme an dadurch dass die normale kohle drin war ist erstmal der großteil hier rein geflossen in die kiste und jetzt müsste eigentlich schön flüssig immer holzkohle nachgeliefert werden theoretisch ja arbeitet die baumform gerade ist eine gute frage weil er produziert keine energie ja er verliert immer nur welche naja er produziert ja 80 rf ich bin jetzt hier bei 1644 von 4000 rf und egal was ich ja bin wenig oder so ist das grad was meinst du jetzt diese 1564 wenn wir hier kohle rein die jetzt genau weil das problem ist er hat er jetzt der energieverbrauch die baumfarm und die ist wahrscheinlich jetzt erstmal ja die ist jetzt erstmal wieder aufgefüllt und jetzt kann er quasi sein internen storage erstmal wieder nach oben ich hatte jetzt die befürchtung dass die kohle zu schwach dafür ist deswegen ne das nicht aber du siehst diese power output der fährt jetzt nach unten langsam das heißt außer der redstone furnace da verbraucht natürlich nicht zu viel da verbraucht gerade mal 20 rf das ist ja nur ein viertel von dem was er produziert und die baumfarm müssen wir mal schauen was die verbraucht läuft die gerade also hier kommt auf jeden fall reichlich holz okay hier oben ist nichts neu gewachsen das könnte das problem sein weil ich denke das problem liegt hier in diesen viertelizer genau weil der hat jetzt kein kein viertelizer quasi also viertelizer ist ja quasi dieser dünger da die bäume sofort wachsen lässt und wenn der dünger eben nicht am start ist dann wachsen die halten in normaler geschwindigkeit wir könnten natürlich jetzt noch ein bisschen viertelizer herstellen aber ach da kommt das tun wir auch also hätten wir jetzt eigentlich außen rum gehen können ja ich muss ja hier brauche ja noch ein bisschen was für viertelizer und zwar brauchen wir uns decks sand wir haben kein sand doch aber ich habe ja die taschen voll das schmeiße ich jetzt erstmal alles wieder hier rein dass das kann auch hier rein so das kann hier rein und sand und wir brauchen noch appetite davon haben wir leider nicht so viel jetzt muss ich mal schauen ob das jetzt so rum richtig war auch nicht jetzt ärgere mich doch nicht so moment für die leise sehr ach übereinander mein gott ja mach es deine brote mach aufstecken ja du hast jetzt gerade eine appetite so ok das waren schon mal übrigens fast vier stecks gerade also ein halber stack appetite reicht für vier also ein halber stack appetite mit sand reicht für fast vier stecks habt ihr noch voll willkommen der brotbäcker ist ja wie ein bisschen ganz schön ja 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 so fertilizer zack 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 so und jetzt geht es denke ich mal wieder richtig scharf hier können wir den rubber schon mal ausladen hier können wir die zepplings ausladen ups sand natürlich nicht rubber haben wir ja auch noch ein stack so und da haben wir schon 1 2 3 4 5 6 7 8 stacks rubber fast also es ist unglaublich was das teil produziert so wie sieht es hier mit dem holz aus oh ja da ist auch schon reichlich da da müssen wir auch gucken ob wir nicht eventuell sogar einen zweiten furnace bauen müssen wir mal schauen weil dann können wir hier echt zu steam dinamos eine gute eine gute flotte bauen so weil das sind schon 22 charcoal drin das heißt er hat auf jeden fall eine überproduktion weißt du wie ja das ist ja auch richtig so genau genau so soll es laufen so das haben wir jetzt schon mal gemeistert was wollen wir als nächstes machen und zwar würde ich sehr sehr gerne jetzt eine energy cell noch bauen dann gibst du einfach mal energie ein energie mit y hinten und dann leerzeichen cell cell energie schreibe ich trotzdem falsch energie 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 als Und dann Leerzeichen Zell, C-E-L-L Ja, Renny und Englisch, das ist jetzt nicht der Brüller, aber mein Gott Hast du? Also Energy Leerzeichen und dann S-E-L-L Zell, C, wie Cäsar Ach, Zell Oder Kamin Ja, Zell für Zell Ja, Energy Zell So, da gibt es eine ganze Menge und zwar siehst du, gibt es eine Leadstone Energy Zell Leadstone Energy Zell, hm Genau, und die wollen wir uns erstmal bauen Eigentlich bin ich auf diese harten Energy Zell scharf Aber wir brauchen erstmal die Leadstone Und um Leadstone Energy Zell herzustellen, brauchen wir ein Redstone Conductance Coil Haben wir eigentlich noch Ne, haben wir nicht Weil wenn du mal auf das Rezept klickst, brauchen wir dafür kein Gold, sondern Elektrom Hatten wir nicht schon mal so eine Art Rakete gemacht? Oder jedes Auto, da gibt es auch mehrere Ja, ja, da gibt es verschiedene So, wir brauchen Elektrom Elektrom Und um Elektrom herzustellen, können wir, wenn du da oben mal die Pfeile durchklickst Können wir das in dem Induction Smelder machen Das wäre jetzt für uns der einfachste Weg Und zwar, weil da können wir aus Gold und also aus pulverisierten Gold und pulverisierten Silber Elektrom herstellen So, und den Induction Smelder, den schauen wir uns jetzt einfach mal an So, weil der wird dann quasi als nächstes gebaut Wir wollen ja die Energie auch ein bisschen speichern Und dazu brauchen wir unsere Reception Coil Das ist das, was du gemeint hast mit Gold Die goldene Rakete Ein Bucket, ein Inveringot und einmal Kupfer So, und dann gehen wir jetzt mal hoch und bauen das gute Stück Weil das haben wir nämlich alles Und der Induction Smelder übrigens Ist auch von den Thermal Expansion Mod Also den können wir auch mit Redstone Flux versorgen Müssen wir nochmal schauen, dass wir die Kiste dann hier irgendwie ein bisschen umbauen Aber als allererstes schnappen wir uns erstmal eine Redstone Ein Maschinen Frame Ja, das meint ich, dieses Redstone Reception Coil Reception Coil Ja, davon gibt es verschiedene Ah ja So, dann bräuchte ich mal Den aber alle gleich aus Ja, bräuchte ich zwei Kupfer, zwei Inver Und das war's Also zwei Kupfer, zwei Inver Hm, das ist so ein bisschen dieses Turquise Ja, alles klar So, und dann tust du mal bitte das Kupfer, äh, neben diesen Machine Frame links und rechts Wo ist er denn? Das Verkiesene ist Light Ingrid Achso, nee, Moment Inver, Inver, Inver ist dieses Dunkel, äh, dieses, ja, keine Ahnung, gräuliche Ah ja, Inver, oder wie viel brauchst du für ein Inver? Zwei 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 Kupfer Zwei Zwei Die Zeckse Oh, das Ganze heute noch Was? Das Ganze heute noch Naja, ich klatsche gleich Das haben wir am besten, hier Kupfer und Dings, wohin damit? Äh, Kupfer unten, links, rechts Hm Nee, stopp Doch, war richtig, in oben drüber das Lied In der Mitte, oder ganz ehrlich? Nee, oben, links und rechts, es ist in der Mitte, links und rechts So, jetzt haben wir einen Inductionsmelder. Den schnappen wir uns. Das Kupfer, das können wir hier wieder reinschmeißen. Und jetzt würde ich den ganz gerne neben den Redstone Furness. Ne, würde ich nicht. Wir stellen den Inductionsmelder hier neben die Kiste. Genau, da stellen wir den hin. So, und jetzt müssen wir nochmal schauen, dass der auch Energie kriegt. Also ich gehe schon mal nach unten und lege und zerlege es öfter. Ja, gehe mal nach unten und schmeiße mal Energie dran. Quasi einmal also einmal nach rechts oder jetzt gerade runter einfach nur. So. Und wir haben Energie. Sehr schön. So, der lädt sich auf. Was wollen wir mit dem guten Stück machen? Maximum Power used übrigens 40 Redstone Flux pro Tick. Das ist auch noch ganz akzeptabel. Wir stellen hier mal wieder in der Config, um das hier nicht rausgepumpt wird. Denn wir brauchen jetzt pulverisiertes... Moment, einmal wieder die Energy Cell. Energy Cell. Denn wir brauchen pulverisiertes... Pulverisiertes... Das war's verkehrte. Pulverisiertes Silber und Gold. So, und da schnappen wir uns jetzt einfach mal... 1, 2, 3, 4, 5 Gold und Silber, Silber, Silber. 5, ups. 1, 2, 3, 4, 5. Und schmeißen das mal hier rein. So. Zack, 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 zack. So, und dann... Du siehst ja hier in dem Pulverizer, da pulverisiert es jetzt schön. Oh, zack. Jetzt kommt das Gold nach. Er macht draus halt Goldstab. Genau, macht er das draus. Aber normalerweise geht der Dust ja hier rüber in unseren Redstone Furnace und wird dann quasi zu Barren verarbeitet. Das habe ich jetzt mal ausgeschaltet, weil wir brauchen ja den Dust. Sonst macht er ja uns nur wieder Barren draus. Das ist ja das Problem. So, ich habe beides. Und dann schmeißen wir links hier in diesen Induction Smelder das Gold. Und rechts schmeißen wir das Silber. Und siehe da, wir kriegen Elektrum. Ah, alles klar. Gell, so wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus, dann können wir zu Papa. So, wir haben 10 Elektrum. Ich schnappe mir mal ein bisschen Redstone. Und wir brauchen jetzt erstmal... Letztens haben wir irgendwie... Oh, genau, oder? Vier Glas. Ja, vier Glas und Lied. Das war jetzt das Torkis, ne? Warte mal. Das Torkis, ne? Vier Glas. Ich hier Lied, vier. Ja. Warte mal, Glas. Wo war denn jetzt das scheißen Dreck Glas schon wieder? Ich such's ja auch gerade. Ich hab vier Stück. Was, von dem Lied? Von dem Glas. Das Lied bringst du mal bitte noch mit. Warte mal, das Lied. So. Und da was fehlt, tust du jetzt bitte das Lied rein. Ne, stopp. Äh. So. So, jetzt. So, jetzt haben wir hier ein Liedstone Energy Cell Frame. Also quasi einen Frame haben wir jetzt erstmal nur. Quasi die Hülle. So, jetzt brauchen wir noch drei Kupfer und diese Redstone Conduction Coil. Mit diesem Elektrum quasi. Hast du das Elektrum? Das Elektrum hab ich die zehn Stück, ja. Dann schmeiß das mal in die Mitte. Eins. So, wunderbar. Haben wir das schon mal. Und jetzt brauche ich noch, äh, Kupfer. Dreimal. Und. Vier Invar. Die vier Invar hole ich. Eins, zwei, drei, vier. So. War das jetzt so? Moment, muss ich selber nochmal schauen. Ja, das war richtig. So, und jetzt haben wir quasi die Liedstone Energy Cell. Wenn du jetzt mal Shift gedrückt hältst, dann siehst du Charge. Der kann 400k RF speichern. Das heißt, 400.000, ähm, Redstone Flux. Und Send und Resive steht da 8080. Und Signal Enable Low. Also 8080. Der kann maximal 80 Redstone Flux rausschicken. Gell? Das heißt, aber 400.000 speichern. 400.000 speichern. Wenn er jetzt aber nur 80 rausschicken kann, wir haben jetzt eine Maschine, die mehr wie 80 braucht, oder mehrere dranhängen. Dann ist das Problem, äh, wir können die nur mit 80 Redstone Flux, äh, bedienen. Weil mehr kommt aus der Zelle nicht raus. So, und deswegen schmeißen wir hier rum nochmal, äh, Lied. Und dann kriegen wir diese, äh, Hardened Energy Cell. Und wenn du da drauf klickst, Send und Resive, auch nur 80. Was ist das für scheiß? Warte mal. Hardened. Achso, die Energy Cell. Ah, die könnte 2000, 2000, verstehe. Nee. Wir haben doch jetzt ja. Hardened. Warte mal. Hä? Klick mal oben bei Hardened Energy Cell. Mach da mal Shift-Klick. In dem, 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 400, 400, ne. Ja. Und wir haben eine Hardened Energy Cell, da steht nur 80, 80. Na, mal gucken, vielleicht ist das auch noch ein bisschen buggy. Wir gehen erst mal runter damit. Mal gucken, wenn wir sie aufgebaut haben, wie es dann aussieht. Wie sieht unsere Partlänge aus? unser portlinger sieht schon bei 4 ok dann stellen wir die nur schnell auf und dann ist hat er so das ist jetzt quasi unsere zelle du siehst die letztlich auf doch wir können die maximal output hochnehmen so den maximal output nehmen wir aber runter auf 50 den maximal input nehmen auf max und den output nehmen wir auf 50 runter das heißt diese nur maximal 50 erst mal raus schicken das heißt jetzt auch dadurch läuft die baumform auch etwas langsamer das ist das schöne an der sache so und dann haben wir drüben noch die konfiguration und das erkennt man leider ein bisschen schlecht und zwar das an rechts aus links aus und oben an also unten wird eingespeist genau oben wird unten wird eingespeist oben ist jetzt blau ja das heißt nach oben gibt sie aus und nach hinten dürfte sie jetzt auch ausgeben ja okay das passt oder so und theoretisch müsste das gute stück jetzt aber befüllt werden wieso wird die nicht befüllt so ok da lädt gerade noch auf sein internen speicher mal gucken wann er voll ist da muss bei 40.000 voll sein 5 6 na komm 40.000 so lädt sich denn diese kackzelle nicht auf wer weiß wer weiß dieses problem schon müssen wir aber wohl im nächsten wort beheben weil wir uns das sind ja sonst wird es zu lang ja kein problem zu lang zu lang und ja ja ach so du hast das wort ja dann vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns natürlich im nächsten part wieder habe ich das problem gerade behoben ah entschuldigung ich habe das problem behoben ich habe jetzt hier unten auf blau gestellt weil warte 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 ich habe hier auf blau gestellt weil orange ist der output und blau ist der input so jetzt läuft jetzt kriegt alles energie und die zelle befüllt sich auch wir haben schon 20.000 rf drinne und ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten part wieder lasst ein däumchen da wenn es euch gefallen hat bis dahin wir haben schon zweieinhalb stecks holzkohle